Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstand-Shop an. Wir gucken einfach mal, ob wir heute noch was Neues bekommen haben, denn seit dem neuen Event ist auf jeden Fall etwas Neues in den Shop gekommen und das gucken wir uns aber direkt an, würde ich sagen. Ohne lang zu fackeln, lasst jetzt schon mal ein Abo, dann habt ihr auch die Glocke aktiviert, um in der Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir gucken uns jetzt mal hier direkt oben rechts den ersten Skin an und zwar ein ungewöhnliches Outfit Boxenstopp für 800 V-Bucks. Bremse für niemanden und den Skin kennen wir mittlerweile eigentlich. Hieß früher Peitschenhieb und ja, dazu brauche ich glaube ich nichts mehr sagen, wenn ihr Bock habt, gönnen. Ansonsten schauen wir mal direkt weiter, denn wir haben noch einige coole Sachen dabei. Wahres Herz, ich mache mal diese Emotes ein bisschen leiser, ihr könnt sie im Hintergrund vielleicht noch hören. 800 V-Bucks finde ich gar nicht mal so schlecht, ist auf jeden Fall ein Homo-Emote Nummer 3 gewesen damals, ist auf jeden Fall sehr cool und ja, wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch. Dann haben wir die Gaunerin, also wie gesagt, zu den Skins, die wir schon ein bisschen länger haben, brauche ich tatsächlich gar nicht so viel berichten, glaube ich. Erklärt sich von selbst. Entweder man hat Bock drauf oder man hat keinen Bock drauf. Ich finde es zwar cool, diesen Skin, aber 1500 V-Bucks ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Tagtraum haben wir dann nochmal für 800 V-Bucks und das ist ein cooles Emote, muss ich sagen. Kannte ich vorher noch nicht oder habe ich zwar gesehen, aber irgendwie nie wahrgenommen, denn ich mache ja schon ein bisschen länger keine Shop-Videos mehr, obwohl doch das Ding, ich erinnere mich, ich erinnere mich. War vor lange mal ein Shop, ist auf jeden Fall auch cool. Dann haben wir Träumer-Füße, daran erinnere ich mich 100%ig, das Ding war echt nice und habe ich auf jeden Fall auch gefeiert. Kann man sich definitiv gönnen. Wenn ihr Bock drauf habt, unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox- und PSN-Karten verlinkt, könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich unterstützen und natürlich auch nicht vergessen, den Creator-Code META-8 im Gegensatzjob einzugeben. Alle 14 Tage müsst ihr diesen Code neu eingeben, um mich zu unterstützen. Wäre auf jeden Fall absolut Ehre, wenn ihr das Ganze machen würdet. Dann gucken wir direkt weiter und zwar eine neue Lackierungsstachel für 300 V-Bucks und die sieht natürlich auf verschiedenen Modellen ganz, ganz cool aus. Auf dem einen ein bisschen geiler, auf dem anderen ein bisschen beschissener, aber ich finde die Lackierung an sich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde diesen, wie soll ich sagen, diesen lila Stich nicht so cool, aber guck mal, hier sieht sie zum Beispiel richtig geil aus. Gefällt mir sehr gut, stellt ein Stilzuschau, Katatech-Set, Stachel, 300 V-Bucks, ist auf jeden Fall gönnbar. Dann haben wir richtig geile Erntewerkzeuge bekommen und zwar Combo-Klingen. Für 800 V-Bucks kriegen wir hier so eine Combo-Klinge und die sieht einfach mal richtig mächtig aus. Mit Macht geschwungen, Teil des finalen Showdown-Sets. Und dieses finale Showdown-Event hatten wir ja gestern tatsächlich und danach sind diese Dinge in den Shop gekommen. Ebenso Mecha-Team, auch sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut, ist zum dritten Mal jetzt im Shop und gehört auch noch zum Mecha-Team. Wisst ihr, habt ihr auch schon verstanden. Stelle deinen Stilzuschau, finaler Showdown ist animiert. Auf verschiedenen Waffen ist jetzt zwar nicht so mein Fall, muss ich sagen, ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir natürlich nochmal hier einfach einhändig 500 V-Bucks für dieses Emote. Also Digga, Leute, wer Floss Nummer 1 hat aus dem Battle Pass, das hatte ich nämlich in dem Video falsch gesagt, hat aus dem Battle Pass natürlich, und sich jetzt noch das Ding gönnen möchte, definitiv machen. Und nochmal Mecha-Anführer. Den Anführer kennen wir ja, das haben wir ja bei dem Event auch schon gesehen und ist auch schon seit 2-3 Tagen oder so im Shop. Richtig geil, 1600 V-Bucks, zwar nicht wenig, aber man kriegt einen Skin, der absolut heftig aussieht. Ein Rücken-Accessoire plus nochmal ein Emote dazu und das ist schon ein ganz gutes Angebot. Dann haben wir Tsuki neu bekommen in den Shop für 1200 V-Bucks mit dem Tana-Rücken-Accessoire auf Messerschneide. Richtig nice, auch wenn wir diese weißen, ich weiß nicht, wie nennt man diese Dinger, aus China gibt es ja so einen Brauch, weiß ich nicht, ist nicht so meins, aber wer Bock drauf hat, natürlich hier eure Meinung. Kupfer-Wespe für 1500 V-Bucks, da finde ich den schon irgendwie ein bisschen cooler, muss ich sagen, mit dem Rücken-Accessoire. Digga, so ein Tiger mit so ein Chakos, wie heißt Chakos, heißt die, ne? Gestreifter Pirscher, bereit zuzuschlagen, Teil des Katatech-Sets. Richtig nice, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr aus dem Shop irgendwas gegönnt habt, wenn ja, was habt ihr euch gegönnt und habt ihr es mit meinem Creator-Code gegönnt, dann schickt es mir auf Instagram, ich poste das Ganze in meiner Story auf Ehre und markiere euch natürlich nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.